Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diesen tollen Häkelassistenten machen. Wir haben hier ein kleines Eimerchen, da ist wirklich alles dabei. Wenn wir das haben, haben wir alles auf einem Griff, was wir zum Häkeln brauchen. Wir haben Platz für unsere gesamten Häkelnadeln, Platz für unsere Maschenmarkierer. Hier an jedem Ding ist Platz für unsere Markierer. Hier steckt eine Nadel drin, hier haben wir ein Maßband, die Schere, alles dabei, was wir brauchen. Die kleine Schneeflocke zeigt, wo der Eimer aufgemacht wird, weil der Clou kommt nämlich, Achtung, hier drin steckt ein Wollknäuel. Und wenn wir hier ziehen und Häkeln, dann springt das Wollknäuel nicht mehr vom Tisch. Wir brauchen dafür einen Eimer, ich habe jetzt hier einen Grießeimer genommen, den gibt es aber auch mit Joghurt, mit Pudding, was ihr wollt oder irgendwas anderes. Wascht den ordentlich aus, dann brauchen wir Wolle. Ich habe jetzt hier gebraucht, na gut, 75 Gramm Wolle. Ihr könnt dafür aber auch wunderbar eure Reste Wolle verwenden. Natürlich Häkelnadeln, Maschenmarkierer und sowas. Zum Dranhängen braucht man auch. Und wir brauchen auch Maschenmarkierer, Häkelnadeln, Schere, Nadel zum Häkeln. Falls ihr Dekoration machen wollt, braucht ihr natürlich dann die noch, eine Heißkleber, Schmucksteinkleber, Sekundenkleber, irgendwie sowas, dass wir den Deckel verzieren können, weil das hier ist angeklebt. Genauso wie dieser kleine süße Schmuckstein ist auch angeklebt. Ja, und das war's. Mehr brauchen wir nicht. So, und wie ihr jetzt auch an diesen wunderbaren Häkelassistenten kommt, das zeige ich euch jetzt im Video. Viel Spaß! So, ich schnapp mir jetzt, weil ihr könnt es mit Baumwolle machen, da sitzt ihr aber länger. Ich mache es jetzt mit der Polyacrylwolle von Gründl, weil ich mag jetzt einfach nicht so lange dran sitzen. So, das ist ausgegeben für die 3,5 bis 4,5er Nadel. 50 Gramm auf 133 Meter. Und ich häkle das Ganze mit meiner Vierer. Dazu im passenden Farbton ein Maschenmarkierer und natürlich dann noch eine Schiere und eine Nadel, aber alles ganz zum Schluss. So, den Eimer drehe ich mir mit dem Boden nach oben, also sprich mit dem Loch nach unten, weil wir brauchen jetzt als allererstes den Boden. Wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe, nehmen die auf die Nadel und wir häkeln jetzt erst einmal 4 Luftmaschen. 2, 3, 4. Diese 4 Luftmaschen schließen wir mit einer Kettmasche zum Ring und in die Mitte kommen jetzt 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Nadel kurz sauber gemacht, jetzt dürfte es auch nicht mehr quietschen. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede von diesen 6 Maschen. Das heißt, wir stechen in die erste ein. Jetzt quietscht es ja noch schlimmer. Ich wechsle mal die Nadel. So, ich wechsle jetzt auf die 4 5er. Ich hoffe, das quietscht jetzt nicht so. So, also. In die erste Masche kommt eine feste Masche. Und in die erste Masche gleich noch eine zweite feste Masche. In die zweite Masche kommen auch zwei feste Maschen. In die dritte auch. Sag doch mal, liegt das an der Wolle. In der dritten auch. So, in die vierte Masche auch einfach zwei feste Maschen. In die fünf und in die sechs. Maschenmarkierer einsetzen. So, ich hole mal das Mikronstück weg. Vielleicht geht es ja so besser. So, in der nächsten Runde kommt in die erste Masche eine feste Masche. Und in die zweite Masche kommen zwei feste Maschen. Weil in dieser Runde verdoppeln wir jetzt jede zweite Masche. In die dritte dann wieder eine. In die vierte dann zwei. Und das machen wir so die gesamte Runde lang. Danach in der Runde wird jede dritte verdoppelt. Dann jede vierte. Dann jede fünfte. Und das machen wir so lange, bis das hier wunderbar auf unser Gefäß passt. So, ich mache das mal schnell. Und hoffe, dass ich dann die Quietschstelle von der Wolle hinter mich gebracht habe. Dass sich das jetzt nicht durch die gesamte Wolle zieht. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Deckel so weit ist, dass er hier wunderbar auf mein Eimerchen drauf passt. So, meine Lieben, ich habe jetzt bei mir bis zu jeder achten Verdopplung gemacht. Jetzt können wir den Faden abschneiden. Durchziehen. Und hier sind wir erst mal durch. Ich hatte allerdings auch beim Nadelwechsel auf die 4,5 gewechselt. Also kann es auch sein, dass ihr eine Verdopplungsrunde mehr machen müsst. Aber das Gequietsche wollte ich euch nicht antun. So, das kann erst mal zur Seite. Schnappen wir uns wieder unseren Faden. Und wir schlagen uns 30 Luftmaschen an. Solltet ihr ein anderes Gefäß benutzen, als ich jetzt bei mir. Die Luftmaschen entstehen dadurch. Wir hegen Luftmaschen. Legen die hier oben am Rand an. Schauen, dass wir, wenn wir gerade runtergehen, den Eimer längs haben. Und wenn wir es hier unten umschlagen, Moment, so, umschlagen und nochmal nach oben gehen, dass wir dann ungefähr noch einmal die Hälfte bis drei Viertel des Eimers im Prinzip auf der Rückreihe haben. Hier, ich habe jetzt einmal die Längsseite, plus, wenn ich es umschlage, drei Viertel ungefähr. Das kann man so Pi mal Daumen machen. Da muss man nicht so ganz exakt vorgehen. Gerade so, wie es euch gefällt. So, jetzt mache ich noch eine Luftmasche zum Wenden. Und steche jetzt in die zweite Masche von der Nadel aus ein und häkel eine feste Masche. Und in die nächste Masche kommt jetzt auch eine feste Masche. Und in die nächste auch. So, hier gehen wir uns jetzt die gesamte Reihe zurück. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Wochenlang quietscht nichts und jetzt auf einmal quietscht es wieder los. Ich kriege ja noch eine Krise mit den Nadeln. So, nicht wundern, wenn meine Hände gleich etwas heller sind. Ich schnappe mir mal das Babypuder. So, schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Na, es quietscht schon nicht mehr so laut. So, weiter geht's. In jede Masche kommt eine feste Masche. So, auf einmal. Also. So, was Alors. Vielen Dank. Vielen Dank. Einfach in jede Masche eine feste Masche rein, zieht zwischendurch immer mal nach, dass ihr dann immer noch auf euren Maschen seid. Vielen Dank. Hier zieht einfach in jede Masche eine feste Masche. Das ist so eine schöne Hickelei für nebenbei, was wir hier gerade machen. Und auch hier noch eine Wendeluftmasche. Wir drehen und wieder mit festen Maschen zurück. So entsteht jetzt hier ein etwas längerer Schal. Ja, Schal kann man sagen. Wir machen das jetzt so die ganze Zeit weiter. Immer mit festen Maschen hin und her. Und das machen wir so lange weiter, bis wir einmal um unseren Eimer drumherum kommen. Nicht so drumherum, sondern wenn wir das so anlegen, so, dass wir dann so einmal da drumherum kommen. So, ich mache das mal schnell und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich meinen Schal soweit fertig habe. Und wir häkeln uns einfach mit festen Maschen weiter. Warum wir das nicht gleich an dem Boden dran machen, das seht ihr da noch. So, ich mache mal schnell meinen Schal und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich soweit bin. So, meine Lieben, ich habe jetzt meinen Schal oder Mini-Schal fertig. Wir sind jetzt auf einer Gesamtlänge von, hier ist 0, Moment, 37 Zentimetern. Und wenn ich es einmal drum lege, passt es wunderbar einmal um den gesamten Eimer. Den oberen Rand, den mache ich nicht mit, weil ich möchte den Henkel später noch benutzen. Und das Weiß ist auch ein wunderschöner Kontrast zu dem Flieder. So, jetzt schließen wir das Ganze mit Kettmaschen. Das heißt, wir legen jetzt beide Seiten aufeinander und stechen in die erste Masche ein. Und auch hier drüben. Holen uns den Faden und gehen durch beide Seiten durch und auch durch die Schlaufe auf unserer Nadel. Und so häkeln wir uns jetzt hier einmal nach unten. Achtet darauf, dass ihr die Kettmaschennaht auf der Innenseite macht. Also sprich, die Seite, die ihr zum Schluss außen haben wollt, da bitte nicht, sondern auf der Seite, die zum Schluss nach innen geht. So, wenn wir das soweit gemacht haben, wenden wir unseren Eimer-Loop, kann man sagen. Ihr könnt den Faden aber auch schon abschneiden und durchziehen. Da macht sich das Wenden vielleicht auch schon schöner. So, einmal durchziehen. Wir wenden das Ganze. Jetzt kommt unser Eimer hier hinein. Guckt schon mal, welche Seite ihr dann in den Rand verstecken wollt. Ich nehme die Seite. Einmal hinein. Und jetzt schiebe ich schon mal den Loop dahin, wo er dann zum Schluss sitzen soll. Seht ihr schön hier in den unteren Rand hinein. Da haben wir nämlich auch dann die Kante gut versteckt. Da. Und jetzt krempeln wir das, was hier übersteht, nach oben weg. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen laut. Wir krempeln das einfach so nach oben weg. Schaut dabei, dass ihr die Krempelnaht wirklich gerade macht. Und steckt euch das ein bisschen mit Stecknadeln fest. So, das wird jetzt mit Stecknadeln ein bisschen festgesteckt. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Großes, langes Stück Faden abmachen. Jetzt brauchen wir nämlich die Nadel. Wir stechen jetzt von innen nach außen durch unseren Krempel durch. Ihr seht, ich fange so ungefähr in der zweiten Reihe an. Und jetzt nähen wir uns an dem Krempel nach oben. So, so ein paar Stiche reichen. So, wie ihr seht, ich gehe hier im recht großen Abstand durch. Und so ein paar Stiche reichen vollkommen aus. Jetzt zählen wir hier diese Spalten ab. Eins, zwei, drei, vier brauchen wir. An den bewege ich mich hier oben entlang. Einfach ganz unscheinbar hier oben entlang im Zickzackmuster. Und dächtet dann wieder durch unseren Eimerloop durch. So. Und jetzt nähen wir es auch hier wieder fest. Das geht dann hier gerade runter. Ja, wenn man Ton in Ton arbeitet, muss man zwischendurch ganz schön schauen, wo man gerade ist mit dem Faden. Oder ihr setzt ihn halt jedes Mal mit der Nadel neu an. Das könnt ihr auch machen. Das heißt, ihr näht dann eine Naht, verstecht ihn, abschneiden, neu ansetzen. Oder ihr schummelt euch halt jetzt genauso wie ich einfach hier oben an der Kante entlang. So, und wenn wir jetzt hier reingreifen, haben wir hier eine wunderschöne kleine Tasche. Jetzt gehe ich wieder nach oben. Damit wir uns dann wieder schön am Rand entlang schummeln können. Bleibt aber auf eurer Naht. Weil wir brauchen diese kleinen süßen Taschen. Und hier oben noch. Jetzt wieder so, dass wir uns auf dem Krempel entlang schummeln können. So, wir schummeln uns wieder. Die Angefangene zähle ich nicht mit. Eins. Hier, das war ja die Angefangene. Die zähle ich nicht mit. Das ist eins. Hier dieses. Zwei. Drei. Vier. Seht ihr hier immer so schön diese Stufen. Das ist die Angefangene Stufe. Die zählen wir nicht mit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Dieses Stück. Das heißt, wir nähen es uns bis hierher. So, da. Und so schummeln wir uns hier durch. Wieder schön am Rand entlang. So. Und jetzt wieder einmal nach unten nähen und einmal nach oben nähen. Und das machen wir jetzt, bis wir hier einmal drumherum sind. So, dass wir viele schöne kleine Taschen haben. Und jetzt wieder einmal nach oben. So. Und damit haben wir schon Tasche Nummer zwei. Tasche eins. Tasche zwei. Die ist ein bisschen größer geraten als die. Das macht aber gar nichts. Also wenn ihr da mal eine Größe habt als die andere, ist das alles halb so wild. Und so nähen wir uns jetzt einmal um den gesamten Eimerloop. Und die Anfangsfäden hier vernähe ich auch gleich. So, wenn ich das soweit genäht habe, sehen wir uns dann gleich wieder. So, ich bin bei mir jetzt soweit. Ich habe es jetzt noch vom Nadelverstechen auf der Innenseite. Ich krempel es wieder zurück. So sieht es im Moment aus. Ich weiß, sehr unspektakulär, aber das wird noch. Wir krempeln jetzt diesen längeren Teil nach innen weg. Einmalchen zur Seite, das längere nach innen. So, dass wir jetzt hier unsere Kante haben. Hier, diese Kante ist jetzt interessant. Das stechen wir jetzt ein. Schnappen uns irgendein Restegarn. Ich habe jetzt hier von Gründel das Weiß. Ihr nehmt das, was am besten zu eurer Wolle passt, zu eurer Farbe passt und euch natürlich auch am besten gefällt. Das nehmen wir auf die Nadel. Und jetzt häkeln wir uns mit festen Maschen hier einmal drumherum. Klar, da wo wir genäht haben, ist das Ganze ein bisschen schwierig. Aber ich habe das nicht vorher gemacht, damit wir uns dann den Rand nicht mit der Naht verschandeln. Deswegen jetzt einfach so. Und einmal mit festen Maschen drumherum. Tut mir leid wegen der Quietschennadel. Ich weiß nicht, was hier heute los ist. Das ist hier gerade total verhext. Kaum ist die Kamera aus, quietscht es nicht. Ist die Kamera anfängt, die Nadel an zu quietschen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an der warmen Lampe liegt oder, oder, oder. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich versuche schon leise zu häkeln, aber das ist gar nicht so einfach. So, damit ich euch jetzt nicht so die Ohren voll quietsche. Hier einmal mit eurer Kontrastfarbe, sage ich jetzt mal, obendrauf drumherum. Und, da noch so. Und wie ihr seht, alles schön mit festen Maschen hier einmal. Ups, bleibst du hier? Hier einmal drumherum. So. Uuh. Okay, ich häkel das hier jetzt schnell mal drumherum, weil ansonsten seid ihr echt taub. Ich weiß nicht, was mit der Nadel los ist. So, da bin ich schon einmal drumherum und es war wieder so weg von der warmen Lampe. Da hörte die Nadel auf zu quietschen. Also, ich vermute mal, es liegt an der warmen Lampe. So, wir machen jetzt sechs Luftmaschen. Drei, vier, fünf, sechs. Da lang. Stechen jetzt in die vierte Masche ein. Eins, zwei, drei, vier. Und häkeln eine Kettmasche. Das machen wir jetzt nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vier Maschen. Eins, zwei, drei, vier. Einstechen. Kettmasche. Und vier Luftmaschen. Nein, sechs Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt vier Maschen. Eins, zwei, drei, vier. In die vierte einstechen. Eine Kettmasche. Das machen wir jetzt auch einmal drumherum. Vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Und unsere Kettmasche. Ich glaube, ich habe schon Umschlag gemacht. Ach, heute ist das Video echt wie vorhin. Das gibt es heute nicht. So, jetzt aber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und eins, zwei, drei, vier. Und eine Kettmasche. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Und eine Kettmasche. Ja, ich weiß, es sieht jetzt erst mal ganz schön wild und wüst aus, was ich hier vor mir liegen habe. Das ergibt aber alles noch seinen Sinn. Vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Und eine Kettmasche. So, und so bewegen wir uns jetzt hier einmal drumherum. So, und die Rundung schließe ich da mit einer Kettmasche. Kettmasche in die erste Rundung. Jetzt sieht das Ganze, wenn wir es ausgekrempelt haben, schon so aus. Jetzt wird es ja langsam ganz hübsch und ganz nett. Und verändert sich optisch auch. Wir haben jetzt diese kleinen Luftschlangen. So, jetzt machen wir noch einmal Luftschlangen. Und zwar diesmal größere. Wir machen jetzt neun Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nehmen wir uns jetzt hier, haben wir jetzt die zwei Luftschlangen. Und hier dazwischen unsere Masche. Und in die Masche dazwischen stechen wir jetzt ein. Ich gehe wirklich dazwischen in die Masche. Wir haben jetzt hier die Schlaufe und hier die Schlaufe. Und hier in der Mitte, wo wir eben eingestochen haben. Da steche ich jetzt nochmal ein und hege eine Kettmasche. Das heißt, durchgeholt. Und das ist ein bisschen knifflig, aber das kriegt man hin. Durchgeholt. So, dass jetzt hier so eine etwas längere Schlaufe nach unten hängt. Jetzt wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Schlaufe eins, Schlaufe zwei. Hier dazwischen, wo wir eben schon die zwei Schlaufen festgemacht haben. Da machen wir die Kettmasche rein. Ist ein bisschen knifflig, lässt sich aber machen. Wer es gar nicht hinbekommt, macht an dieser Stelle bitte eine feste Masche. Das geht dann wesentlich leichter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, jetzt gucken wir wieder. Ach, das weiß. So, Schlaufe eins, Schlaufe zwei und dazwischen unsere Kettmasche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Schlaufe eins, Schlaufe zwei, dazwischen unsere Kettmasche. Wie ihr seht, ich drehe das dann auch schon immer gleich so, wie es liegen soll. Macht es zwar ein bisschen schwieriger, aber es fällt dadurch schöner. Weil dann machen wir es nämlich gleich im richtigen Dreh fest und müssen uns dann hinterher nicht drum ärgern, wie wir das dann nach unten bekommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Schlaufe eins, Schlaufe zwei, dazwischen einstechen, Faden durchziehen und eine Kettmasche. Oder eine feste Masche für den, der es nicht hinbekommt mit der Kettmasche. Weil das ist wirklich ein bisschen knifflig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Schlaufe eins, Schlaufe zwei. Einstechen, Faden holen, das Ganze ein kleines bisschen eindrehen und die Kettmasche oder die feste Masche. So häkeln wir uns jetzt auch wieder einmal um unseren Eimerloop drumherum. So meine Lieben, wenn wir einmal drumherum sind, können wir den Faden abschneiden und vernähen. Das heißt, ich ziehe den noch einmal durch die Schlaufe und jetzt wird er vernäht. Unser Anfangsfädchen auch. So, einmal alles vernäht. Wir krempeln jetzt einmal alles um, dass wir die Innenseite außen haben. Schnappen uns unseren Fußboden und entweder häkeln wir ihn jetzt hier dran oder wir nähen ihn dran. Das könnt ihr jetzt wirklich entscheiden, wie ihr wollt. So, die schöne Seite mache ich nach innen. So, dass mich jetzt die nicht so schöne Seite anschaut. Weil wenn wir alles umkrempeln, haben wir die schöne Seite außen. Ich nähe das Ganze jetzt schnell fest. Ihr könnt aber das Ganze auch mit ein paar Kettmaschen oder festen Maschen schnell anhäkeln. Das ist ganz euch überlassen. Bei mir wären es jetzt mal ein paar schnelle Stiche. Ich nutze da jetzt auch keinen besonderen Stich, sondern einfach jetzt so ein bisschen hin und her. So, Anfangsknoten fixiert. Und jetzt nähe wir das hier schnell dran. So, meine Lieben, ich habe das Ganze jetzt angenäht. Wie ihr seht, hier ist jetzt so wunderbar der Fußboden nur dran. Den Faden muss ich gleich noch verstechen. Das mache ich aber auch nicht großartig, weil ich lasse da ein Stückchen stehen. Das ist dann sowieso in unserem kleinen Häkelassistenten drin. Und dann sieht das eh kein Mensch. So, lasse mir ein Stück stehen. Wir wenden das Ganze wieder zurück. Jetzt sieht es so aus. Jetzt haben wir hier unseren Boden, hier unsere Krempe und hier die Verlängerung. Wir schnappen uns unseren Eimer. So, das schiebe ich hier richtig schön in den Rand hinein. Wie wir es schon beim Anprobieren gemacht hatten. Wofür diese ganzen Schlaufen dienen, das zeige ich euch dann gleich noch. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Deckel. Und dann machen wir unseren kleinen Häkelassistenten fertig. Wenn euch das jetzt nur dem Draufstülpen nichts ist, könnt ihr auch hier oben eine Randheißkleber oder mit Schmucksteinkleber oder so ein Rand ziehen. Und klebt das Ganze sicherheitshalber noch einmal an. Dann hält es wirklich bombenfest. Diese kleine Lasche, die lassen wir auch offen, weil die dient dafür, den Deckel aufzumachen. Kann man nämlich schön reingreifen und den Deckel hochziehen. So, jetzt kümmern wir uns aber erst einmal um den Deckel. Dafür wieder unsere Häkelnadel und unseren Farbton. Ich wieder mein Flieder. So, wir schlagen jetzt, ich denke mal so, 6 Luftmaschen. Wir brauchen 2, 3, 4, 5, 6. Diese 6 Luftmaschen schließen wir, Moment, 6, naja wird eng. 7, 8, 9, 10, wird besser. 10 Luftmaschen. Diese schließen wir in die erste Masche mit einer Kettmasche zum Ring. So. Und jetzt umhäkeln wir den Ring. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mit unserer Nadel mitten durch den Ring durch, holen uns den Faden und häkeln unsere feste Masche. Das war jetzt 1, 2. Und machen jetzt 10 feste Maschen. 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt haben wir hier noch Platz. Das ignorieren wir einfach. Wir stechen in die erste feste Masche ein, holen uns den Faden, machen eine Kettmasche und haben einen wunderschönen Anfangsring. So, nun verdoppeln wir jede zweite. Das heißt, Maschenmarkiere. So. Und wir stechen jetzt in die nächste Masche ein, darin kommt eine feste Masche und dann wieder in die nächste und darin kommen zwei feste Maschen. Dann wieder eine, dann wieder zwei. eine, zwei, eine, zwei, eine, zwei, eine und, ich markiere kurz raus, zwei. So, in der nächsten Marunde verdoppeln wir jede dritte Masche, danach jede vierte, dann jede fünfte. Na, und dann müsst ihr sie langsam schon mal an eurem Deckel maß nehmen. Weil jede Firma stellt ihre Joghurteimer in einer anderen Größe her. Deswegen mag ich euch da jetzt nicht so richtig, ja, eine Größe sagen mit Verdoppelungen, sondern ihr müsst dann wirklich einfach euer Löchlein auf das Löchlein legen und schauen, wann euer Deckel hier gut reinpasst. Ich mache das mal schnell bei mir, dann sage ich euch, wie viele Verdoppelungen ich gebraucht habe. Aber ihr müsst halt gucken, wie viele ihr dann für euren Joghurteimer braucht. So, meine Lieben, falls ihr euch wundert, warum dieser Deckel jetzt auf einmal kein Loch mehr hat, ich habe die Mitte nicht ganz getroffen. Wir machen das mit dem Loch auch gleich, dass ihr das wunderbar hinbekommt. Aber ich musste bei mir den Deckel wechseln, weil, wie gesagt, ich habe die Mitte nicht ganz getroffen. So, jetzt haben wir hier unseren Deckel im Prinzip mit dem Loch in der Mitte aus zehn Luftmaschen bestehend. Den legen wir uns jetzt auf, halten ihn gut fest, schnappen uns einen Bleistift. Und jetzt malen wir uns unser Loch. So, schön angedrückt. Und jetzt malen wir uns unser Loch. So, nicht schön, aber sichtbar. Hier ist unser Loch. Da muss es hin. So, unser Loch. Wir schnappen uns eine Kerze, einen Schraubenzieher, Brieföffner, Irgendwas aus mit Teil, mit einer Spitze vorne. Ein Feuerzeug. Und natürlich unseren Eimer. Wir machen die Kerze an. Halten unseren spitzen Gegenstand davor, dass er sich schön erwärmt. Also in meinem Fall ist es jetzt mein Brieföffner. Auch wenn der jetzt schwarz wird, dem passiert nichts. Ich erwärme den jetzt einfach nur. Und jetzt gehen wir mit dem warmen Brieföffner durch unsere Plastik durch. Ganz langsam. Es kann auch sein, dass wir den gleich nochmal erwärmen müssen. Aber wir schmelzen uns jetzt hier im Prinzip ein Loch rein. Ganz oben ist die Flamme am heißesten, gell? Ganz oben in der Spitze. Ah, jetzt geht's doch schon. Kommt doch schon durch. Achtung, gleich dürfte es laut werden. Ne, das muss ich nochmal. Einmal müssen wir noch erwärmen. Und noch einmal. Hier ein schönes Loch haben. Ja, jetzt klappt es doch. Kerze mal kurz weg. Und ein paar Mal rein und raus, dass wir eine schöne Öffnung haben. Bei Bedarf nochmal erwärmen. Lasst euch dabei ruhig Zeit. Nicht mit Hektik. Wir wollen hier auch lange Freude dran haben. So, den tue ich jetzt zum Abkühlen zur Seite. Und den Ruß kann man da hinterher ganz einfach abwischen. Kerze aus, dass nichts passiert. So, Deckel kann ab. Jetzt haben wir hier unser Löschlein. Und wenn wir natürlich jetzt hier so eine unschöne Kante haben, die könnt ihr jetzt entweder mit der Schere begradigen, dass ihr das ganz vorsichtig abschneidet. Oder ihr schnappt euch auch eure Nagelfeile. Nehmt einfach ein bisschen dafür die grobe Seite. Und dann könnt ihr, wenn ihr den Deckels ein bisschen einwülzt, hier so richtig schön drüber feilen. Ich mache das aber mal ohne euch, weil das macht echt Lärm. Und ich will nicht, dass euch die Ohren abfallen. So, ihr seid fertig. Wenn ihr merkt, dass hier keine große Plastik mehr ist und beim drüber streichen es fast oder wirklich schon eben ist, sollte noch ein bisschen weiche Plastik dran sein. Ist das nicht dramatisch, das geht dann mit der Zeit im Gebrauch noch ab. Oder ihr nehmt natürlich nochmal die Nagelfeile und feilt das nochmal nach. So, Deckel auf unseren Eimer. Wir haben es fast geschafft. Jetzt schnappen wir uns unseren gehäkelten Kreis. Vernähen den Faden. Also einmal durchziehen. Vorher natürlich abschneiden. So, drauf auf die Nadel. Einmal vernähen. Hier unten den Bereich von unserem Eimerloop. Könnt ihr übrigens verzieren, wie ihr lustig seid. Nur hier oben den Bereich nicht, weil der stört später in der Benutzung. Aber hier unten den Bereich unter den weißen Bögen. Den könnt ihr verzieren, wie ihr wollt. So. Abschneiden. Hier oben auf den Deckel würde ich selber nichts machen, weil das stört dann in der Benutzung. So, jetzt schnappe ich mir meinen Schmucksteinkleber. Trage hier auf den Deckel eine Schicht auf und klebe das gehäkelte auf. Aber ich werde die große Flasche nehmen. So, eine große Schicht auftragen. Auch ordentlich am Rand entlang, dass das alles gut dann hält. Ich bin wirklich sehr großzügig damit, weil ich soll auch ordentlich halten. Und natürlich auch richtig schön am Rand. So. Wenn wir das schön großzügig aufgetragen haben, kommt unser Deckel auf das Löchlein mit dem Löchlein. Müsst ihr mal gucken, dass er alles genau platziert. Und dann schön breit streichen und natürlich andrücken. Und bei Bedarf nochmal nachkleben. Da seht ihr aber dann, wo es nicht halten mag, wo es gar nicht greift. Oder ihr klebt dann den Tag danach nochmal fest, das was dann noch hochguckt. So, und jetzt geht es hier ans Verzieren. Wir haben ja jetzt hier unseren Bögen und die Bögen, die können wir jetzt verziehen, wie wir lustig sind. Da könnt ihr jetzt Perlen drauf machen oder gehäkelte Blumenblätter. Wirklich alles, auf was ihr Lust habt. Ich habe hier zum Beispiel noch so wunderschöne Schneeflocken drin, da werde ich jetzt noch vereinzelt welche aufbringen. Wenn ihr hier auf diesen Taschen was aufkleben wollt, mit dem Schmucksteinkleber, macht ein Taschentuch rein. Weil wenn der Kleber durchgeht und die Tasche dann innen festklebt, habt ihr echt ein Problem. Also ein Taschentuch rein, mit dem Kleber arbeiten, drin lassen, bis angetrocknet und dann könnt ihr das Taschentuch ganz einfach entfernen. Aber ich werde nicht viele machen. Hier so drei Stück, denke ich mal, weil zu viele ist dann auch wieder nicht schön. So ein bisschen versetzt, so drei Stück. Oder in die gleichen regelmäßigen Abständen. Na, das muss ich mir mal noch überlegen, wie wir das machen. So, auf jeden Fall lasse ich den jetzt hier erstmal ein bisschen antrocknen. So lange drücke ich ein bisschen drauf. Das dauert nicht lange. Bis das das erste Mal so richtig angezogen hat. Dann lasst ihr das mit dem Taschentuch wunderschön durchtrocknen. Und hier oben das natürlich auch. So, meine Lieben, mein kleines Sternchen ist jetzt getrocknet. Jetzt ist die Häkelhilfe einsatzbereit. Der Deckel ist auch wunderbar fest und trocken. Jetzt wollen wir es aber noch bestücken. So, Maschenmarkierer, Schere, unsere Häkelnadeln. Das brauchen wir noch. Jetzt noch eine Häkelnadel. Ach ja, eine Nadel. Und natürlich Wolle. Hier ist noch eine Nadel. So, nehmen wir die auch noch mit dazu. Und jetzt machen wir unseren Häkelassistenten fertig. Wir nehmen unsere Häkelnadeln. Die kommen hier in die Taschen rein. Einfach in jede Tasche. Eine Häkelnadel. So, da haben wir hier vier Stück. Stecken wunderbar fest. Die Maschenmarkierer, die kommen hier an die Schlaufen dran. Da jetzt mal so ein paar dran. Ne, orange habe ich schon. Rot und grün habe ich noch nicht. So, da haben wir drei hier hängen. Dann machen wir hier auch noch mal drei dran. Eins. Das haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Zwei. Drei. So, die Nadel. Die stecken wir einfach hier irgendwo rein, wo wir gerade lustig sind. Und natürlich, unsere Schere braucht man auch noch. Bitte nehmen wir uns die nächste Tasche rein damit. Und da haben wir das schon mal so weit bestückt. Und jetzt können wir hier fröhlich an unseren Faden ziehen. Und die Wolle kann nicht mehr rumhopsen. Wir können jetzt hier häkeln und haben alles dabei, was wir brauchen. Unsere Nadeln sind gut aufbewahrt. Die Maschenmarkierer sind griffbereit. Die Schere ist da. Die Nadel ist da. So haben wir alles wunderbar zusammen. Und mit dem kleinen Henkel können wir es auch ganz toll transportieren. Nimmt man einfach und nimmt mit. Und wenn man jetzt nicht allzu Großes hat, kann man sogar sein angefangenes Werk mit in den Eimer tun. Und man hat wirklich alles beisammen. Hier, so sieht das Ganze dann aus. So, kann man besser gucken. Ich habe jetzt hier meine rausgezogene Wolle. Die lege ich mal nach hinten weg. Die kleine Schneeflocke zeigt, wo hier oben die Öffnung ist. Wenn ich die Schere mal rausmache, sieht man das. Tue mal die Schere da rüber, da stört sie nicht so. Und hier hat man dann Maschenmarkierer, die Nadel, die Häkelnadeln und die Schere. Man hat wirklich alles dabei. Und wir haben hier so viele Taschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, zehn, elf, zwölf Taschen. Wenn ich es richtig gezählt habe, haben wir zwölf Taschen. Moment, ich zähle nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne, es sind nur neun Taschen. Ach, neun Taschen reichen auch vollkommen aus. So, Schere rein. Wenn man jetzt die Taschen ein bisschen enger näht, passen auch zwölf Taschen wunderbar hin. Das heißt, wir kriegen unsere gesamte Häkelnadelsammlung hier rein. Haben alles beisammen. Die Häkelnadel, die Maschenmarkierer, eine Nadel, die Schere und das Maßband. Können wir hier rein theoretisch auch noch in so eine Tasche reinmachen. So. Da hält man das auch noch drin. Also wie ihr seht, hier passt wirklich alles wunderbar rein. Und man hat es immer ganz schnell mitgenommen und ist damit mal in die Sonne auf den Balkon gegangen. Oder wenn man einen Häkelanfänger hat, hat man hier ein wunderbares Stotterset. Man macht dem den Häkelassistenten, bestückt das Ganze, vielleicht noch ein Wollknäuel in die Mitte und schon hat man eine wirklich wunderbare Geschenkidee. So meine Lieben, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Das würde mich mega freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.